Jetzt kannst du dich darüber beschweren als Unternehmer, aber dann bist du halt einfach ein Opfer. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber du bist halt einfach dann wirklich ein Opfer. Warum? Das, was ich häufig höre, ist von manchen Chefs, dass sie denken, die 20-, 30-jährigen Mitarbeiter, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, sei es nach dem Studium, nach der Ausbildung, nach der Schule, die haben gar nicht mehr so Lust zu arbeiten. Oder auch schon während der Ausbildung. Oder auch schon während der Ausbildung. Die haben teilweise gar nicht mehr die Lust, früh aufzustehen, was zu schaffen. Und die Chefs haben häufig das Gefühl, die jungen Mitarbeiter, das ist so eine Art Wettrüsten unter den jungen Mitarbeitern, wer kann am meisten Gehalt bekommen, aber am wenigsten arbeiten. Und meine Erfahrung ist einfach eine ganz andere, dass die jungen Menschen sich trotzdem noch immer begeistern können für den richtigen Job, die dürfen aber anders angepackt werden. Ja, das ist ja was, was wir hier bei uns auch merken. Also ich habe neulich mal durchgezählt, wir haben sieben Leute bei uns im Unternehmen Generation Z. Das sind knapp 50 Prozent. Das heißt, die Hälfte unserer Mitarbeiter sind Generation Z. Und ich würde von keinem einzigen hier sagen, der hier ist, dass die faul sind. Ich würde sagen, die arbeiten überdurchschnittlich einsatzbereit. Die haben Bock auf das, was sie tun. Natürlich möchten die auch Freizeit, natürlich möchten die auch Urlaub und natürlich bieten wir ja auch eine Menge. Und ich will auch dazu sagen, ja, wir sind kein Handwerksbetrieb. Wir haben eine andere Arbeit zu bieten, als jetzt vielleicht ein Handwerksbetrieb, wo man körperlich vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr schaffen muss. Gleichzeitig haben wir ja aber auch Kunden, die aus dem Handwerk sind, die das auch hinkriegen, diese Generation Z zu begeistern. Und das Problem ist nicht die Generation Z. Das Problem ist der Umgang mit diesen Menschen, weil die haben nun mal eine komplett andere Lebensrealität. Es war jedes Mal so, immer wenn die neue Generation gekommen ist, haben sich die Vorgängergenerationen darüber aufgeregt, haben gesagt, was für ein Mist und mit denen kann man nicht richtig umgehen und die haben ja ganz andere Vorstellungen. Das heißt, der Teil ist erstmal komplett identisch. Jetzt haben wir natürlich mit der Generation Z aber auch einzigartige Herausforderungen. Und das liegt gar nicht so sehr am Versagen der Generation Z, sondern ich würde sagen, der Elterngeneration. Ja, Stichwort Helikoptereltern, die wollten denen dann alles immer abnehmen. Diese jungen Menschen haben das nie gelernt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Warum ist das so? Eltern haben alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Die Leute gehen nicht mehr in die Kirche. Auch das war früher was. Da wurden Werte vermittelt und so weiter. In der Schule wurden mehr Werte vermittelt. Auf der einen Seite, weil es mehr ging, weil wir nicht so viele Herausforderungen vielleicht mit Migration hatten, weil die Klassengrößen vielleicht auch so ein bisschen andere waren, weil wir Lehrer hatten, die eine andere Ethik oder sowas mit auch in ihre Arbeit mit reingebracht haben. Aber all das fällt weg. Das heißt, das waren alles Instanzen, die dafür gesorgt haben, dass die Unternehmen am Ende mit besserem Rohmaterial arbeiten konnten. Und das fällt halt nun mal heute weg. Und jetzt kannst du dich darüber beschweren als Unternehmer. Du kannst jetzt sagen, was ist das für eine doofe Situation. Aber dann bist du halt einfach ein Opfer. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber du bist halt einfach dann wirklich ein Opfer. Warum? Weil du dann den Umständen die Schuld gibst und sagst, ich kann nichts ändern. Das ist übrigens genau das Gleiche, was sich ja viele Chefs immer oder was viele Chefs immer bei ihren Mitarbeitern bemängeln, dass die halt keine eigenen Lösungen finden, dass die nicht mitdenken, mal über den Tellerrand hinaus. Das heißt, die erste Erkenntnis bei diesem Thema liegt erstmal darin, sich bewusst zu machen, okay, ich darf etwas ändern, ich darf die Verantwortung übernehmen. Und aus meiner Sicht ist der erste Schritt, sich zu überlegen, okay, wie schaffe ich es, in meinem Unternehmen eine Kultur zu etablieren, die dieses Defizit an gesellschaftlicher Prägung, Vermittlung von Werten, Vermittlung von Prinzipien aufhebt, sodass die Leute das bei mir im Unternehmen lernen. Bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben im Onboarding eine komplette Mitarbeiterakademie. Du bist die ja selber durchlaufen, wo unsere Werte vermittelt werden, wo wir sagen, hey, guck mal, das ist das, was uns wichtig ist. Wo wir Geschichten dazu erzählen, wie diese Werte gelebt werden und wie sie nicht gelebt werden, wo wir den Mitarbeitern klar machen, guck mal, das und das ist hier schon mal passiert, da die man so krass gegen unsere Werte verstoßen, den haben wir hier auch aus dem Unternehmen entfernt. Wir haben ihn gehen lassen, auf gut Deutsch gekündigt, weil das notwendig war. Und das heißt, diese Aufgabe der Schule, der Kirche, von wem auch immer, die übernehmen wir hier, weil wir gesagt haben, okay, wir übernehmen dafür Verantwortung. Und da kommt ja noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Ich mache das ja nicht nur wegen mir. Also klar ist das gut für unser Unternehmen, wenn die Mitarbeiter denn gut, ich sag mal, eingenordet sind, ja, auf gut Deutsch. Aber ich sehe halt auch da eine gesellschaftliche Verantwortung, weil ich liebe dieses Land. Ich bin gerne in Deutschland und ich möchte auch, dass das in Zukunft noch ein toller Standort bleibt. Und wenn die anderen halt alle den Kopf in den Sand stecken, dann sage ich jetzt erst recht. Und das Resultat ist, dass wir damit die geilen Generation Z-Leute anziehen, die Bock haben, die was bewegen wollen. Und ich glaube, das hat auch jeder Mensch in sich. Jeder Mensch hat diesen Drang, etwas bewegen zu wollen. Bloß wir schaffen es als Gesellschaft nicht mehr, das aus den Leuten rauszukitzeln. Und das ist die unternehmerische Aufgabe, das in Zukunft zu übernehmen, ja, diesen Hunger, den jeder Mensch in sich hat. Aber dafür müssen wir in den Problemen der Menschen sprechen. Wir müssen verstehen, was ihre Themen sind, was ihre Herausforderungen sind, was sie tatsächlich bewegt. Und das ist zum Beispiel, guck mal, so ein junger Mensch, der jetzt vielleicht 20 Jahre alt ist. Ja, meine Eltern, die sind noch mit dem Traum ins Arbeitsleben gestartet. Eines Tages kaufe ich mir mal ein Haus, ja, und kann dann da drin leben, muss keine Miete mehr zahlen und so weiter. Wenn du bei mir in Düsseldorf im Stadtteil guckst, wenn du dir da ein halbwegs vernünftiges Einfamilienhaus kaufen möchtest, dann bezahlst du da 6, 7, 800.000 Euro in Düsseldorf. Klar, du kannst auch ein günstigeres Haus haben, da musst du voll in die Peripherie, voll in die Pampa, wo keiner mehr leben will. Da kriegst du sowas auch deutlich günstiger. Aber was ist denn das für eine Perspektive? Und wenn ich so ein junger Mensch bin, wenn ich sage, ey, ich möchte das auch in meinem Leben haben und ich sehe, das ist nur mit Summen zu bezahlen, die halte ich nicht für realistisch, dass ich die jemals verdienen werde, dann ist doch klar, dass ich sage, nee, ich will eben hier und jetzt, ich will eben heute leben. Ich will nicht erst in 20 Jahren irgendwann mal von meiner Karriere irgendwie was zurückbekommen, sondern ich will das jetzt und heute. Und das ist verständlich. Das heißt, das ist eigentlich keine Dekadenz oder keine Wohlstandsverwahrlosung, wie das viele immer sehen, sondern es ist ein Ruf danach, wir dürfen gesellschaftlich was verändern. Und gesellschaftliche Veränderung geht ganz häufig immer von Unternehmen aus, weil die den Puls der Zeit erkennen. Und das ist die große Chance, die ich jetzt gerade sehe in diesem ganzen Generation Z-Thema, dass wir uns mal damit beschäftigen, was sind denn eigentlich die darunter liegenden Probleme, dass wir anfangen anzupacken, die zu lösen, statt den ganzen Tag halt nur da zu sitzen, bresig und sich darüber, sorry, wenn ich das so deutlich sage, darüber abzufacken, wie scheiße alles ist und wie wenig Bock die Leute alle haben und was die für eine Einstellung haben. Weil genau das ist ja das auch weder, was wir den Leuten ja vorwerfen, wenn wir so sagen, dass die nämlich da sitzen, sagen, die Situation ist scheiße und einfach nur fordern, fordern, fordern. Deswegen sage ich immer, steh auf, mach was, übernimm Verantwortung, sei ein geiler Unternehmer, der eine geile Firma schafft, wo die Leute sagen, boah, da will ich gerne hin, das ist richtig cool da. In Ergänzung dazu habe ich auch noch, weil heutzutage ist ja nicht so, dass Geld alleine jemanden lockt, sondern du als Chefs darfst dir ja die Frage stellen, was kann ich machen, um andere Bedürfnisse auch noch abzudecken. Weil ich als Angestellter, ich kann mir ja praktisch heute die Arbeitsplätze aussuchen. Ich müsste ja nicht hier arbeiten, ich könnte mich ja auch bei 20 anderen bewerben, wahrscheinlich 10, 15 Zusagen bekommen oder sogar 20 Zusagen bekommen oder 25 Empfehlung. Und was wir also anders machen, was mich damals auch gecatcht hat, zu Unique zu kommen, ist auch einmal die Verpackung. Was halt schon sehr speziell war, ist die Begrüßung am ersten Bewerbungstag. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber es gibt ein paar kleine... Kannst ruhig mal, sag mal, was war eine Sache, die dich so... Eine Sache zum Beispiel, ich komme in das Bürogebäude rein und sehe sofort, herzlich willkommen, lieber Christopher, schön, dass du da bist mit einem Smiley. Dann haben wir uns unterhalten, war alles sehr freundlich, die Mitarbeiter von uns, die wussten sogar schon meinen Namen, obwohl ich die nicht kannte. Das war halt so ein bisschen, bin ich famous oder was ist da hier los? Und was auch extrem witzig war, war auch so die Begrüßung auf der Toilette, ein Teambild von euch. Und dann herzlich willkommen, Christopher. Das sind halt so Nuancen, die dann aber wieder den Unterschied machen und die mir zeigen, da ist Pfiff hinter, ihr habt euch Gedanken gemacht, habt euch mal meine Schuhe praktisch angezogen, meine Brille aufgesetzt und euch überlegt, wie ist denn das so für ein Bewerber, wenn er hier reinkommt. Was muss ich als Arbeitgeber sein, um so gute Bewerber auch zu bekommen und zu halten? Und Geld ist natürlich ein Faktor, aber nicht der Hauptfaktor. Was hier extrem wertvoll ist, sind einmal die Kollegen, die ähnlich ticken wie ich, die sich für die gleichen Themen begeistern und die auch Lust haben, sich für unsere Mission einzusetzen. Wir arbeiten ja an der Welt, dass jeder Chef und jeder Angestellte gerne zur Arbeit kommt und da kann ich mit Herzblut hinter sein. Und auch im Handwerk, in der Industrie gibt es ja bestimmte Gründe, warum es auch nicht nur des Geldes wegen Sinn macht, da zu arbeiten. Exakt. Und das sehen viele Unternehmer nicht. Das Problem ist auf eine gewisse Art und Weise, dass vielen das, die sind vielleicht mal deswegen gestartet, denen ist es aber vielleicht ein bisschen abhandengekommen. Die haben dann angefangen, vielleicht auch immer mehr Dinge auch des Geldes wegen zu machen. Und wenn du die Dinge des Geldes wegen machst, ja warum kommen dann die Leute auf einmal zu dir? Auch des Geldes wegen. Auch des Geldes wegen, ganz genau. Und da darf man ansetzen. Das heißt, das ist jetzt der Wandel, der angestoßen werden darf. Und das hat extrem wenig mit Generation Z zu tun, sondern sich einfach mal selber zu fragen, okay, warum mache ich denn das Ganze hier? Was ist das, was mich hier an dieser Arbeit begeistert? Was jetzt über Bezahlung hinausgeht? Und warum sollten Leute denn Bock haben auf diesen Job? Und ja, da können wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge irgendwie drüber reden, ja, da hat der Staat und die Politik und so weiter auch eine Aktie dran. Aber da bin ich mir sicher, da werden sich die Dinge relativ zeitnah wahrscheinlich ändern. Ich hoffe nicht zu sehr ins Extrem, aber da wird einiges passieren. Aber auch hier gilt es wieder, nicht abzuwarten, bis alle anderen irgendwie schon an mir vorbeigezogen sind und dann die perfekte Regierung da ist. Weil wenn du dann erst startest, dann startest du wieder mit 100 anderen, die dann auch mal aus ihrem Winterschlaf aufwachen und dann hast du schon wieder keinen Vorsprung mehr. Und das ist so die Aufgabe. » » » Vielen Dank.